Vor kurzem ist das Tool Bittrex24 Sites in allen Bittrex24 Accounts erschienen. Also was ist das? Bittrex24 Sites ist ein kostenloser Landingpages- und Website-Bilder, der bereits mit unserem CRM und unseren Coop-Marketing-Automation-Tools integriert ist. Das Tool können Sie für Lead-Generierung, Sonderaktionen, Werbung, Suchobzimmierung und vieles mehr verwenden. Die grundlegende Idee ist, dass alle eingegebenen Daten, sei es in den CRM-Formularen oder per Website-Widget, automatisch in Bittrex24 CRM gespeichert werden. Bittrex24 Sites bittet eine Vielzahl von schönen, leicht zu bearbeitenden, bronchenspezifischen Vorlagen sowie den Zugang zu tausenden lizenzfreien Bildern an. Bittrex24 Sites ist auf Blöcken basiert, das heißt, Sie können einzelne Bereiche mit einem Klick hinzufügen oder löschen. Sie müssen keine speziellen Code- oder Designkenntnisse besitzen, um mit Bittrex24 Sites zu arbeiten. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Mit Bittrex24 Sites werden alle erstellten Websites automatisch an alle möglichen Geräte angepasst, PCs, Tablets, Handys. Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Seiten mit unterschiedlicher Brandbreite kostenlos erstellen. Da Bittrex24 Sites noch in Beta ist, werden wir uns über Ihr Feedback sehr freuen. Um auf den Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal und vergessen Sie nicht, Bittrex24 auf Facebook oder Twitter mit Leuten zu teilen, die unsere kostenlose Plattform auch nutzen können.